Joa, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Röpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Megaman X8. In der letzten Folge haben wir Optik Sunflower auseinandergenommen, nachdem sie uns voll auseinandergenommen hat. Und ja, wir kaufen uns jetzt einige Sachen. So, Exit als einziger noch keine Lebenserhöhung und ja, und damit sind wir mit dem Kaufen fertig. Boah, ich vergiss mir, wie viel teuer das alles ist. Mann, na gut. Ich habe die Analyse des Mavericks-daten, die so weit weggelebt hat. Was macht die neue Generation Reploide auf die Virus, ist ihre Kopi-chipp. Die Kopi-chipp kann tatsächlich ein Repli-DNA verändern. Ich habe meine Daten gesehen? Ja, ich habe deine Daten mit den Kopi-chippen in neue Generation Reploide. Ich habe etwas sehr interessantes gefunden. Sigma? Die Daten, die in den Kopi-chippen in die Kopi-chippen, respektiert das von Sigma. Ich bin nicht genau sicher, was das bedeutet, aber ich würde lieben, wenn ich mich nicht beantwortet habe. Da tut mir leid, dass ich auch die Musik hat sich erinnert. Das heißt, jetzt wird es ernst. So, tut mir leid, dass ich mich die Story jetzt hier nicht so mitnehme, aber ich habe nur Megaman X4 vorher noch gespielt. Und die anderen Teile davor, habe ich nicht gespielt. Deswegen habe ich auch so eine Ahnung, worum es hier immer hundertprozentig geht. Aber naja, Megaman, Zero, Axel, Mavericks, Sigma, schon einfach zu verstehen. So, und jetzt gehen wir in die Schneelevel und das hier ist auch keine Lauflevel, sage ich jetzt mal, Sondern eine ähnliche Level wie die von Gigabolt Manova. Und ja, wie nehme ich denn? Ich nehme euch. Dann nehme ich dich, ich mache jeden Partner, andere. Und wir treten an, gegen Avalanche Yeti. Yay. Okay. Aber im Gegensatz zu Gigabolt Manova's Level hat hier die Auswahl der Charaktere einen etwas anderen Einfluss. The Research Center System is down. Don't fall down any crevasses on the way there. Aber wenn wir X nehmen, dann können wir schießen und unsere Schüsse aufladen. Wenn wir Zero nehmen, dann ja, kann man hier so ich sag mal so Lasersicheln werfen. Wenn wir X genommen hätten, dann hätten wir Daueraufschießen können. Ah, verdammt. Genau der falsche Schloss. Wie kann ich den Düsen? Ich bin ein Kreisler. Ja, wenn einer hinter mir auftaucht, dann muss ich Düsen ein bisschen kommen. Hier gibt es auch einige seltene Metalle. In dem Satz zu Gigabolt Manoas Level. Da muss ich aufpassen. Die Level kann auch verdammt schwer werden. Deswegen wollte ich die auch erst machen, wenn ich hier genügend KP habe mit allen anderen. Weil wenn ich HP glaubt ihr ich glaube, auf dem schweren Modus gar nichts. Aber ja, ich hab schon. Irgendwie fail ich mich hier schon durch. Das ist jedenfalls das, was meine Beschreibung sagt. Von meinen Videos. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal nach rechts gehen muss. In eine Höhle reinspringen muss. Glaube ich. Lief es von mir, Zero. Können Sie mich hören? Du näherst dich einem Flugobjekt, das einem riesigen Meereslebewesen ähnelt. Es werden so lange Soldaten rauskommen, bis du das Flugobjekt zerstört hast. Ja, Bossanalysen. Danke. Dann komme er her. Damit ich Ian platt machen kann. Ian. Das Gute jetzt ist, dass wir Axe dabei haben. Und der kann von Weitem das Ding abschießen, wenn es am Boden landet. Mit Zero müssten wir, glaube ich, näher rangehen. Oder auch nicht. Aber wenn er hier so nach vorne ist, dann muss man jetzt rangehen. Aber da ich das ungefähr mache, dann habe ich meinen Angriff auf und greife mit Apps an. Weil das ist viel einfacher. Schade, als ich meinen Laser hier nicht auch abführen kann. Das wäre auch Hammer. Von dem Sieg in dem Fließ. Da. Aber ein paar. Ich glaube, wir müssen noch mal gehen und kämpfen. Damit er sind. Sprecher sein. Hoppa. Kommt auf einmal Soldaten raus. Oha. So kann ich hier schneller Erholung oder super Erholung, also ob immer das heißt. Jetzt die roten Balken schnell entfernen. So, kommt her. Oh, heikigstelle bekommen wir auch. Das wusste ich nicht mehr. Na, ich muss mich an der Nase ab. An der Nase jucken. Ich wusste nicht, ob ich jetzt gerade zu jucken fahren soll. Deswegen jucken. Ja, ich weiß, ich bin so ein Wort jonglierer, aber... Das ging jetzt weg, das flogen jetzt. Schön. Geh weg. So, die Frage ist jetzt, ob... Wenn ich den Punkt, wo ich das seltene Metall her bekomme, verpasse, dass ich dann nochmal verwecken soll, um es mir anzuholen. Aber... Aber ich weiß nicht, von wo... Oh, geil. Ich weiß nicht, von wo ich... Ich kann immer starten. So schön, wir nehmen. Aber wie soll ich denn das schön ausweichen? Das war einfach nicht. Hier ist das. So. Ich glaube, hier ist es aber auch gefährlich. Ja, ich versichere natürlich mein Leben dafür. Ja, oder darf er genau. Ja, super, da war ja gar nichts. Boah. Boah, nauer. Sack. Ich dachte, wenn ich das mit Metall... Ähm... So. Ich glaube, das Ding... Ja, dann landet dahinten. Oder... Er kommt irgendwann so runter. Da muss ich den auch noch ausweichen. Ja, so fast. Ja. Das war riskant, aber... Ja, bitteschön. Ich kann sich den einsetzen. Ja. Ja, das hat gar nichts gemacht. Danke. Ja, super. Finde ich toll, wenn sich es wesens gelohnt hat. Oh. Mann. Und tut mir das an. So, einfach durch diesen genau. Ja. Ja, ist klar. Ich würde mich treffen. Ja, aber... Ja, aber... Zeroes Angriff sind stärker als die von Ex. Auch wenn die aufgeladen sind. Von Ex, meine ich. Oh. Na toll. Schaff ich nicht mehr. Na komm. Einfach wieder durchdüsen. 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 Ach. Ach. Nee. Komm schon. Oh. Na. Ich hätte ja nicht knapp gewinnen können. Nee. Oh, miese Level. Warum lädst du? Ja, gut. Ja, super. Wo ist denn hier ein seltenes Metall? Ich glaub, hier war aber eins. Ja, super. Ja, super. Du bist ja nicht mehr. Nee, ich werde daran denken. Einfach durch diesen... Einfach durch diesen. Irgendwo gibt es ja noch eins. Aber... Das ist zu erreichen. Die soll ich ihn so treffen. Einfach ausreichen. Einfach ausreichen. Danke. Der gute ist, hier ist man mich in Angriff aufladen. Nichts, da liegt es ein garantierter Held. 2.000 Euro ausgerüsten. Aha. Ja. Zero rausholen. Wenn es geht, Schaden ausreichen. Äh. Aber jetzt bist du dran. Was krieg ich noch? Warte. Und wieder. Aua. Ja, war klar. Der wird wieder ab. Den schauen wir aber noch in dem Part. Glaub mal. Und... Jo, du kannst ja gar nichts anderes sagen, hier. Boah, verreckt er jetzt mal endlich. Bitte. Da war das äußere Ding. So. Boah, das gibt's nicht. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Boah, verreckt doch einfach. Warum hältst du denn so viel aus? Habe ich ihn getroffen? Geil. Boah. Genau so muss er sein. Boah, verreckt. Ich glaube hier. Oh nein, verarsch mich jetzt nicht. Ach, hier hätte ich sowieso noch nicht durchkommen können, oder? So, verarsch mich jetzt nicht. Boah, weil Ex jetzt tot ist. Komme ich jetzt nicht an die Dinger ran? Willst du mich verarschen? Ach ja, ich habe noch gar nicht die ganze Zeit. Geil, wa? Ach, das hätten wir dafür gebrauchen können. Boah, ne. Oh, ne. Mann, und vorm Bosskampf kommen wir nicht. Oh. Ich glaube, da ist auch noch ein Metall, da kann man auch nicht hin. Ey. Na gut. Nur mal Ex jetzt tot ist, sagt ihr. Da fass ich einfach nicht. Nein, nein, egal. Ich will mal sagen, ich mache jetzt hier erstmal Feierabend bei diesem Park und wir sehen uns im nächsten Park. Tschüss. Hm.